Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon95, der Fortuna-Podcast. Von uns, als Fans, für euch. Mein Co-Host, heute ist der Micha, aka Schwerenski8 auf Twitter. Ein gut Kick in die Runde. Und die Themen des heutigen Podcasts sind, wir reden über das Trauerspiel gegen Paderborn, das Pokalspiel gegen Aue, das Derby gegen den FC und natürlich den Punktgewinn gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen. Ja, dann kommen wir direkt zu den News. Die Totenhosen und Fortuna Düsseldorf haben ein Sondertrikot rausgebracht. Ausverkauft. Ja, leider ausverkauft. Ich wollte es mir eigentlich holen, aber war dann zu spät dran. Ja, schön schwarzes Trikot mit rot-weißen Streifen auf dem Bauch und dem schönen Totenkopf auf der Brust. Finde ich ganz cool. Und was ich an der Aktion halt lustig finde, ist, dass das Trikot beim Spiel gegen den FC Bayern München getragen wird. Beim letzten Sondertrikot, als wir das Trikot hatten von Tuni Turek mit dem Traditionstrikot, das haben wir gegen Leipzig getragen. Denk mal so, da hat sich die Marketingabteilung Gedanken gemacht, gegen wen wir dieses Trikot tragen. Es ist ja auch eine schöne Hommage an früher sozusagen die Toten Rosen retten uns gegen das Establishment. Und wer ist im deutschen Fußball? Mehr als das Establishment als der FC Bayern. Und jetzt ohne Kovac machen die auch unermüdlich weiter. Wir haben oft gehört, dass Trikot ist überragend. Ich habe es mir bestellt, für mich und meinen Schwiegervater. Viel blieb mir auf der Strecke. Micha, meinst du, ist es nicht Zeit für Fortuna, da die Auflage so ein bisschen zu erhöhen? Weil die Nachfrage nach diesen Sondertrikots sind ja immens. Ja, ich denke mal, wenn sie klug sind, dann bringen die das Trikot nochmal, also machen die nochmal ein paar, also bringen auch nochmal eine neue Auflage davon raus. Dann werden halt auch alle glücklich, die das haben wollen. Aber kann natürlich auch sein, dass die sich denken, ja, wir limitieren das jetzt auf eine bestimmte Anzahl, damit das dann so was Besonderes ist, dass wenn man das hat und nicht, dass jeder das hat. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass halt irgendwann die Fortuna-Fans, die halt die letzten Mal auf der Strecke geblieben sind. Ich habe Karnevals-Trikot. Ich habe das Trikot mit hier Toni Turek und so. Ich habe nur die Befürchtung, die jedes Mal irgendwie auf der Strecke geblieben sind, weil die sich vielleicht unschlüssig waren oder bis zum Ende des Monats warten mussten, weil nicht jeder hat das so auf der Hand. Das klingt jetzt großspurig, wenn ich das so formuliere. Ist nicht so gemeint. Es gibt viele Schüler, viele Studenten, viele Ältere, die können das dann vielleicht nicht so. Die sind auf der Strecke geblieben und die denken sich, ja, okay, dann versuche ich es halt nicht mehr zu kaufen. Ja, das ist ja, bei mir war es auch so. Ich habe anfangs überlegt, ja, hole ich mir das? Und dann dachte ich mir so, ja, komm, guckst du dir das erst mal an, wie es halt in echt aussieht? Und dann, als ich dann ... Als du dann beim Spiel warst, war es vorbei. Ja, genau. Und als ich dann halt geguckt habe, dann dachte ich mir so, was, das kostet nur 50 Euro, aber das waren dann nur noch die Kindergrößen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann halt nicht. Es ist schade, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare über YouTube. Ihr könnt gerne auch Feedback auf Twitter hinterlassen oder auf die Ende unserer Facebook-Gruppe Megafon95 das mal reinhauen. Plädel hat eine Inbordverletzung, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, weil diese Saison hat ja nicht wirklich eine Rolle gespielt. Kein Kommentar davon zu mich, ja. Also gehen wir direkt, dass Rafa Wolf wieder mittrainiert. Ein paar andere tun es auch. Also das Training ist wieder fast komplett fähig, glaube ich, nur noch zwei, drei Leute. Das ist doch supi-dupi. Schlechteste Überleitung ever. Paderborn war nicht so supi-dupi. Die Mannschaft fühlte, ja, vom Gefühl her war irgendwie leer. Da war keine Anspannung drauf, keine Freude, gar nichts. Paderborn, die haben gekämpft, die haben offensiv gespielt, die wollten gewinnen. All das haben wir irgendwie nicht gezeigt. Und wenn du ganz, ganz viel Bock hast, kannst du mal unseren super Sechs-Punkte-Tag zusammenfassen. Beim Spiel gegen Paderborn, da hat ja vorher die zweite noch gegen Rot-Weiß-Essen gespielt. Und dann dachten wir uns, ja, gucken wir uns erstmal schön die zweite an und gehen dann in die Bar 95 und gucken dann das Spiel gegen Paderborn. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht wird es ja ein Sechs-Punkte-Tag. Aber ja, die zweite hat 1-0 verloren gegen Rot-Weiß-Essen. Die erste hat 2-0 verloren gegen Paderborn. Ja, war ärgerlich. Aber ich sag mal so, wenn man, also ich hab da das Gefühl, dass die Mannschaft gegen Paderborn auf 0-0 gespielt hat. Also das, was ich in der letzten Folge bei Mainz so kritisiert hab, dass man bei denen gemerkt hat, oh, die wollen nur 0-0 spielen. So hat halt Fortuna gegen Paderborn gespielt. Dann ist das nicht ein Problem, was wir zwei schon viel, 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 viel enger, ich glaub, seitdem wir den Podcast machen, eigentlich haben, ist, wir haben das Gefühl, Friedhelm Funkel geht nicht da raus und sagt, wir wollen das Spiel gewinnen, sondern Friedhelm Funkel sagt, solange wir nicht verlieren, sind wir mit dabei. Und so hat Fortuna gegen Mainz gespielt. 5-er-Kette gegen Paderborn ist ein Beispiel dafür. 5-er-Kette in den letzten Spielen, außer gegen Aue, da hat man mit einer 4-er-Kette gespielt. Aber wenn du gegen Aue mit einer 5-er-Kette gespielt hättest, hoch die Tassen. Ja, aber gegen Aue ist halt ein Pokalspiel, da gibt's nicht, ja, ein Punkt ist besser als kein Punkt, sondern ja, entweder wir kommen weiter oder wir kommen nicht weiter. Ja, aber so hat Fortuna nach dem 1-1, also fast die komplette zweite Halbzeit, bis Anpoma eingewechselt worden ist, hatte ich das Gefühl, ja, wir spielen das jetzt mal unentschieden runter, weil mir geht heute eh nicht. Und ich dachte mir, what the fuck? Und ich weiß es nicht. Wir spielen gegen Paderborn, Fortuna spielt einfach nur schlecht. Und wir gehen dann einfach rein in das Pokalspiel gegen Aue. Und du warst wahrscheinlich mit der Clique wie immer da, ich war mit meinem Schwiegervater da, mit dem Walter. Und wir standen im Block und beim Aufwärmen und allem Möglichen, die ersten paar Kontakte, hat der Walter, das ehemaliger Jugendspieler von Gladbach gewesen, etc. Der hat das schon gesehen. Die linke Seite ist gefährlich. Und der hat mir tatsächlich das Tor vorausgesagt. Der Ball kam auf der linken Seite, schnell das Spiel, recht zentral legt ihn rüber. Dann meinte er, ja, okay, dann geht der jetzt halt rein. Okay, Kastenmeier müssen wir vielleicht erwähnen, er war Stammtorwart in diesem Spiel, hat mal seinen Einsatz bekommen. Das, was wir ja lange Zeit kritisiert haben, ist diesmal gefallen. Er versucht noch dran zu kommen, er berührt den Ball. Hätte Steffen den gehalten, keine Ahnung, Hürfen und Münze, dann weißt du es vielleicht. Aber so fällt dann das 1-0 in der zwölften Minute. Ja, aber beim Kastenmeier, als ich im Stadion war, dachte ich mir auch so, was macht er da? Ja, aber als ich dann die Wiederholung habe gesehen, halt, ich sag mal so, er klärt den mit der Faust nach außen, was eigentlich genau richtig ist als Torwart. Und dann hat er halt Pech, dass genau außen der Paderborner steht. Der trifft den Ball nicht gar richtig. Wenn er den richtig trifft, dann fliegt der Ball halt ins Fangnetz und dann ist alles gut. Ist halt nicht der Fall. Und ja, wir kämpfen uns zurück, Fahndorfmeter durch Hennings, 44. Minute. Ich weiß, wir springen jetzt ein bisschen das Paderborn-Spiel, aber das können wir alles zusammen in eine Matschepampe werfen. Ich kenne ich mal kurz vor der Halbzeit noch das 1-1 durch den Fallelfmeter. Ich stand mit dem Brücken zum Spielfeld. Aber jetzt nach dem, was gegen Gelsenkirchen passiert ist, kann ich nicht mehr Hennings kritisieren. Es geht einfach nicht mehr. Nur, ich sag eins, jedes Mal, wenn ich mir einen Elfmeter von ihm angucke, hat er verschossen. Und ich sage es, ich werde mir keinen Elfmeter mehr von ihm angucken. Das heißt, der trifft dann immer. Kappe an ihn für die letzten Spieltage. Und ja, Fortuna macht dann den Siegtreffer durch Kasim Adams in der 75. Ampumar macht ein krasses Spiel. Ein paar Mal leider alleine 1 gegen 1 gedribbelt, Sprint angesetzt und dann war leider keiner mit vorne. Funkler später umgestellt auf den 4-4-2. Vielleicht war es auch ein 4-2-4. Das weiß ich nicht ganz so genau, weil Ampumar war weiter vorne, als es zum Beispiel dann auf der, das Spiel auf der linken Seite war. Aber von daher alles gut. Hat mir sehr gut gefallen. Kownazki auch immer kampfbereit, immer im Sprint, immer gute Dribblings angesetzt. Man versucht, die Mitspieler anzuziehen. Der Rest des Spiels war halt eigentlich wirklich Kasim Adams, der hat auf dem Tor geschossen, und halt dann irgendwie am Ball und spielt den Ball von links nach rechts, von links nach rechts, nach vorne, zurück, nach links, nach rechts. Aber alles in der eigenen Hälfte, ohne Boden. Fortuna gewinnt. Ja, wie soll ich sagen? Ich hatte das Gefühl gegen Aue, ja, wir haben gegen Aue gewonnen, weil Aue einfach schlechter war als wir. Und kriegen wir, sag ich mal, vom Spielverlauf her einen glücklichen Elfmeter, der aber ein klarer Elfmeter war. Und dann gehst du zur Halbzeit, wo du eigentlich gefühlt komplett unterlegen warst oder nichts auf die Reihe gekriegt hast, gehst du dann trotzdem mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Und dann denkst du dir so, ja, okay, dann fängst du halt wieder bei 0-0 an oder bei 1-1 an in der zweiten Halbzeit. Und danach denkt man sich, ja, zweite Halbzeit wird besser, zweite Halbzeit war auch besser, aber irgendwie. Ja, aber du hast in der zweiten Halbzeit trotzdem zwei Möglichkeiten für Aue, wo ich einfach nur schreie. Einmal hast du praktisch die, das ist einmal ein Freistoß von der linken Seite oder von der rechten Seite eher, wenn du es mit meiner TV-Kamera siehst, von Aue. Und der einzige Grund, warum der Ball nicht ins Tor landet, ist, weil der Aue vorbeispringt. Dann hast du die Szene, wo der Elms eigentlich dem sich anbietenden Kastenmeier zuspielen muss, es aber nicht tut, den Ball nach links und rechts schiebt. In dem Moment sprintet der Aue einfach rein, der entscheidet sich dann doch nicht mit links, sondern mit dem rechten Außenriss, den Ball irgendwie zum Kastenmeier zu schieben. Der Aue sprintet daneben, schiebt den Ball an und dann schießt der andere den halt übers Tor fast beziehungsweise übers Tor, aber der Hoffmann kann ihn dann klären, weil der Ball so hoch war. Ich würde behaupten, wirklich gewonnen. Sorry, dass es jetzt... Zwei Standardsituationen und dann so zwei Pimmeltore und dann so ein... Ja, gegen eine bessere Mannschaft hätte man da auf jeden Fall verloren, aber ja, war halt jetzt nichts Besonderes, aber im Endeffekt eine Runde weiter gegen Kaiserslautern. Dann muss man theoretisch eigentlich auch gewinnen. Ich hoffe, dass du hast recht und wir haben einfach Großglück und kommen halt somit irgendwie ins Viertelfinale oder sowas. Geld springt und das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ich hab dich eben unterbrochen, es tut mir leid. Gehen wir jetzt einfach mal das nächste Spiel, weil so ein bisschen das Momentum aus dem Aue-Spiel trug sich in die Bundesliga, in das einzig wahre Derby am Rhein. Und ja, Fortuna gewann 2-0 gegen den ersten FC aus der Domstadt. Der Dom, der Domstadt ist ja immer noch... Ist ja immer noch... Ich wollte Müngersdorf sagen, ja. Tore durch Hennings, 38. waren berechtigter Elfmeter. Geht eigentlich nicht anders und dann macht Tommy halt einen Solo-Lauf. Einfach Wahnsinn. Und du hast zu diesem Tor eigentlich direkt einen Kommentar parat. Ja, erstmal zum Elfmeter, den wir bekommen haben, da ist eigentlich ein Einwurf auf Hennings. Hennings legt den Einwurf ab auf Morales. Der legt den Ball am Spieler vorbei und der Spieler zieht ihm einfach das Bein weg. Ist ein klarer Elfmeter. Wahnsinn, dass wir aus dem Einwurf mal irgendwas Produktives gemacht haben. Ja, normalerweise passieren wir nach eigenen Einwürfen meistens Gegentore. Ich hab ja vorgeschlagen, dass wir demnächst, wenn wir den Einwurf haben, den Ball einfach den Gegner lassen, weil das ist genauso gut. Ja, Hennings macht den dann eiskalt rein und dann in der 61. Minute das Tor von Tommy, wo halt eine Ecke ist. Die Ecke wird rausgeköpft und der Tommy denkt sich, ja, ich lauf mal los. Und dann kommt die Ecke noch mal wieder rein in den 16er geköpft. Und der Tommy denkt sich, ach scheiß drauf, ich lauf einfach weiter. Der Ball wird schon irgendwann nach vorne geschlagen. Und dann kommt der Ball zum Eihahn. Eihahn nimmt den Ball gut an. Sieht, dass der Tommy einfach in den leeren Raum sprintet, weil der letzte Kölner war irgendwie 20 Meter vor der eigenen Hälfte. Stand schon der letzte Kölner. Ja, und dann dachte sich der Eihahn, ja, das kenne ich ja eigentlich vom Luke Bakio. Einfach mal lang nach vorne. Und dann holt sich der Tommy den Ball, wird dann sogar noch eingeholt vom Kölner, den er dann auch nochmal aussteigen lässt und dann sehr schön verwandelt. Ja, das war so ein Sololauf à la Luke Bakio gegen Bayern. Also einfach lang geschickt. Ja, aber das Dribbling, was der Tommy ausgepackt hat, bin ich der Meinung, könnte Luke Bakio nicht. Der ist nicht so fein am Ball. Dem Tommy fehlt zwar die Speed, oder der Speed, das Speed, keine Ahnung, dem Feet auf jeden Fall irgendwas davon. Das geht nicht, aber das Dribbling war echt Weltklasse und der Abschluss. Ja, aber zum Beispiel, was ich halt krass fand, zum Beispiel da, wo Hoffmann, wo Hoffmann sage ich schon, wo Tommy den Ball bekommen hat, das war halt eine Aktion, wo ich mir denke, ein Neuer oder so, der hätte den Ball da, der wäre da einfach stehen geblieben oder wäre rausgelaufen, der hätte den Ball weggeköpft. Ja, aber Timo Horn ist kein Mangel Neuer. Ja, aber das ist so, der ist dann halt, Timo Horn, der stand ja auch bei der Ecke ein bisschen vor seinem 16er und wäre da stehen geblieben, aber dann hat er sich halt zurückgezogen und deswegen hatte Tommy, der jetzt, ich sag mal so, er ist ein schneller Spieler, aber er ist kein Bolli oder Luke Bakio oder Rahmann schnell, sondern einfach nur schon ein schneller Spieler und der kriegt den dann noch. Ja, was ich bei der Aktion auch lustig fand, war, ich habe einen Kölner Podcast gehört, trotzdem hier hieß der und da haben die halt gesagt von wegen, ja, dass der blinde Eihahn den Ball dann irgendwie nach vorne klopft und der dann zufällig genau beim Tommy landet und ich dachte mir so, nee, das war 100% ein einstudierter Spielzug, weil du hast halt gesehen, der Tommy ist in dem Moment, wo der Ball aus dem 16er geköpft wurde, ist er losgesprintet und obwohl der Ball wieder zurück in 16er geköpft wurde, ist es einfach weitergelaufen, weil ich dachte, irgendjemand kriegt den Ball und pölt den nach vorne und ich stehe dann nach vorne und kriege den Ball, weil die Kölner halt auch so offensiv standen, wo ich mir auch dachte, so offensiv kannst du in der 85. Minute stehen, wenn es 1-0 steht, aber du nicht in der 60. Ja, aber die wollten halt unbedingt pushen, das ist halt das ganze Spiel der Kölner gewesen, Dreierkette, push, 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 Bayer Lohrster ist mittlerweile weggepusht und der FC ist laut der Zeitung im Chaos, also die Zeitung im Chaos, aber hat die Geschäftsstelle trotzdem offen, wird im Marketing, werden trotzdem arbeiten, die Sales-Leute, der Hausmeister, die werden alle da sein, also keiner von ihnen bleibt zu Hause, weil die führungslos sind, irgendeiner hat einen Schlüssel und macht auf, Leute wollen alle arbeiten, von daher alles gut. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und der hat mit einigen seiner Kunden gesprochen, ich auch mit einigen meiner Arbeitskollegen, die aus dieser besagten Stadt kommen und wir haben festgestellt, dass auch die der Meinung sind, dass Spieler wie Horn oder Hector zum Beispiel oder Modest nicht mehr die Qualität haben oder das Feuer haben, wenn du so willst, was es halt benötigt, um halt wirklich einen Schritt überein zu sein, sondern diese Spieler sind halt mittlerweile durch China oder Zweite Liga oder was auch immer im Durchschnittssumpf der Bundesliga gelandet und eigentlich diese Ansprüche, die man an sie hat, nicht mehr wert. Sprechen wir über Ansprüche, die der F95 gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen hatte. Ich bin mit der Erwartung ins Spiel gegangen, gegen Gelsenkirchen wird es schwer und als ich ihn die erste Halbzeit sah, dachte ich eigentlich, bis zur 33. Minute, ja, ziemlich langweilig das Ding. Dann machte Caliguri das Tor in der 33. Minute und plötzlich war ein bisschen Feuer drin. Mannschaften gingen in die Kabine und ja, dann passierte praktisch das komplette 3-3-Spiel. Fortuna war eigentlich in der zweiten Halbzeit auch nur 20, 30 Minuten wirklich die bessere Mannschaft, weil in den anderen Minuten hat halt irgendwie Gelsenkirchen die Tore geschossen, dass es halt dann zum 3-3 kam. Aber Chapeau an Hennings, der hat das Spiel alleine gedreht zum 3-3 und ist halt praktisch innerhalb von kürzester Zeit, immer nach dem Tor von Gelsenkirchen, immer wieder zurückgekommen und hat halt uns den Punkt gerettet. Natürlich war die Ausstellung von Friedhelm Funkel wieder ein 5-3-2. Micha, Hauptsache nicht verloren. Ja, vorher habe ich gesagt, mit dem Punkt bin ich hundertprozentig zufrieden gegen Schalke und ja, dann hat Caligiuri halt ein schönes Tor gemacht, dann lag man hinten und dann, ich sage mal so, eigentlich hat Fortuna offensiv nicht viel hingekriegt zu dem Zeitpunkt und dann gibt es halt die Ecke, wo es dann halt den Elfmeter durch Videobeweis gab und dann denkst du dir so, okay, jetzt geht es los, jetzt fängt das Spiel an und dann kassiert Fortuna halt direkt nach dem 1-1 oder 5 Minuten später das 2-1 wieder nach einer Ecke und dann denkst du dir so, toll, jetzt fängt es halt wieder los, fängt wieder an. Ja, das 2-2 dein von Hennings in der 73. da dachtest du dir auch so, okay, das war ein schöner Spielzug, der hat den dann schön quergelegt bekommen und ballert den dann halt einfach rein und dann denkst du dir so, okay, jetzt 2-2, jetzt das 2-2 über die Zeit bringen, dann ist alles gut und dann kassierst du wieder irgendwie 5 Minuten später das 3-2, ja, nach so einem abgefälschten Schuss, wo der Ball eigentlich schon geklärt war von Hoffmann und Adams und ja, dann gibt es in der 85. gab es dann diesen traumhaften Spielzug, wo Eihahn sich einfach denkt, was in Verteidigung, ich mache mal den offensiven Mittelfeldspieler, dann einen schönen Doppelpass mit Hennings spielt, wo Hennings den Ball irgendwie mit der Hacke auflegt, zurück zum Eihahn, der macht den geilen Chip, ja und Eihahn lupft den Ball dann geil in den Lauf und Hennings lupft den dann über den Nübel, wo ich erst dachte, der hätte den aufs, oder über das Tor gelupft, weil der Ball direkt hinten auf diese Metallplatte gefallen ist im Tor, dass der so direkt rausgesprungen ist und ich dachte so, okay, leider hat er den drüber gechippt und dann, aber auf jeden Fall war das ein überragendes, also das war ein richtig schönes Tor und ich weiß auch noch, dass ich vorher noch gesagt habe, ja wir müssen eigentlich, weil wir haben halt keinen in der Mannschaft aktuell, der den tödlichen Pass spielen kann, weil meiner Meinung nach haben wir drei Spieler im Kader, die den tödlichen Pass spielen können, das sind halt Stöger, Baker und Eihahn. Aber Karl Eihahn hat in dieser Situation für mich persönlich gezeigt, warum er früher in der Jugend bei Schalke im zentralen Mittelfeld gespielt hat, weil er einfach diese krassen Pässe und Dribblings machen kann und deswegen ist er für uns in der Innenverteidigung auch ziemlich wichtig, weil er halt sich durchsetzen kann gegen die Angreifer, die dann anflitzen. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass man Eihahn gerne auch mal als defensiven Mittelfeldspieler spielen lassen könnte, weil der dann, Also du meinst statt Hoffmann? Ja, zum Beispiel, dass man als Innenverteidigung Adams und Hoffmann hat und dann Eihahn so als, ähm, als, als Pendelspieler, als, als abkippender Sechser beziehungsweise, dass der auch mal, weil der Eihahn, der kann halt so einen kreativen und, der kann halt kreative und tödliche Pässe spielen und das ist ja das, was uns aktuell fehlt, weil man irgendwie, ich weiß nicht, weil man irgendwie nicht mehr auf Baker setzt, der eigentlich auch gezeigt hat, dass er so den tödlichen Pass spielen kann. Stülger ist noch verletzt bis zur Winterpause. Ich glaube, das wird halt gut tun oder man hat halt in der Aktion gesehen, wenn man den Eihahn mal ein bisschen, ein bisschen mehr oder wenn er sich, sag ich mal, denkt so, ja, ich scheiß jetzt drauf, ich geh jetzt einfach mal offensiv und dann einfach mal einen Doppelpass mit, oder einen Doppelpass mit Henning spielend und den dann so geil in den freien Raum lupft, war halt ein überragender Spielzug und das ist halt das, was meiner Meinung nach aktuell bei Fortuna fehlt, weil zum Beispiel gegen Aue, da hat man halt durch Standardsituationen gewonnen, gegen Paderborn hat man nach vorne nix hingekriegt, gegen Mainz war es auch so, dass man dann irgendwann dann doch irgendwie das Tor gemacht hat, also man hat, man hat keinen Spieler, der den tödlichen Pass spielt und wenn man dann schon nicht auf Baker setzt, wo ich mir auch denke, eigentlich müsste der spielen wegen seiner Kreativität, dann könnte man auch mal den Eihahn vorziehen, dass der den tödlichen Pass spielt. Ja, es gibt einen Grund, warum er ihn spielt, wenn ich ihn den Grund jetzt nennen würde, zumindest der intern rumkursiert, Friedhelm Funke kann nicht direkt mit ihm kommunizieren, da muss immer einer auf Englisch übersetzen und das mag er halt nicht und warum er da unterscheidet zwischen Spielern wie Luke Bakio, die halt zum Beispiel auch kein Deutsch gesprochen haben, sondern auch nur Englisch konnten, das kann ich dir nicht verraten, Benito Rahman hat auch sehr schlecht Deutsch gesprochen, was da der Unterschied ist zu den Spielern, kann man nur mutmaßen, auf jeden Fall ist das halt ein Grund, warum er halt momentan bei ihm nicht so die Chance hat, weil die sich nicht austauschen können. Also das sind dann so Sachen, die ich, wo ich mir denke, das sind so Sachen, Ja, aber du bist wie Lingual, du sprichst drei Sprachen. Nein, aber es geht bei mir nicht um die Sprache, sondern entweder, man sieht doch, dass einem Kreativität fehlt, dann soll man auch mal denken, ja, dann kann ich halt nicht mit ihm kommunizieren, aber der wird das schon machen. Du brauchst ja nur Kreativität, wenn du offensiv spielen willst. Wenn du aber sagst, ich will nicht verlieren, sondern ein Punkt reicht mir eigentlich gegen, sagen wir, gegen jeden Gegner, bis auf eine Handvoll Partien, dann komme ich auf die 40 Punkte, habe ich 40 Punkte, bin ich abgestiegen, wenn dir das reicht, dann wunderbar. Ja, aber das ist halt so, ja, finde ich halt unnötig, aber das ist ja genau das, wenn halt, wenn du mit einer, mit 5-2-3 oder mit 5-3-2 spielst, dann, naja, okay, sagen wir mal, eher bei 5-2-3, wenn du mit zwei Mittelfeldspielern spielst und der Rest ist halt offensiv, dann müssen halt die Außenverteidiger die Spielmacher machen, weil wenn du in der Mitte dann irgendwie Vorzeck und Morales hast oder so, dann hast du halt keinen, der dann den tödlichen Pass spielen kann. Ja, aber im modernen Fußball ist die Mitte sowieso dicht und die Flügel sind auch dicht, also du musst halt wirklich Tempo haben und eine Idee und die haben wir letztes Jahr gehabt, die haben wir auch in einigen Spielen Anfang der Saison gehabt, die halt leider nicht in Punkte gemünzt haben, aber das haben wir gehabt, irgendwie ist es momentan nicht mehr da, wir mauren uns mit einer Fünferkette irgendwie einen zusammen, die auch nur, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ich will nicht sagen, da muss sich was ändern, weil wir stehen momentan auf Tabellenplatz 13 mit 11 Punkten und für uns geht es in den nächsten Spielen eigentlich darum, gegen Bayern, Hoppenheim, Dortmund, Leipzig, geht es halt nur darum, irgendwie zu überleben. Ja, ich habe ja eigentlich das Spiel gegen Schalke auch dazu gezählt, zu den nächsten fünf Spielen. Ja, aber Schalke wirkte in diesem Spiel an sich, weiß ich nicht, die wirkten danach komplett zerstört, als hätten die erwartet, wie Düsseldorf kommt, die gewinnt 10-0 und fahren wieder heim. Ja, das haben die ja erwartet. Das ist ja von der Ausgangslage her auch komplett realistisch. Ich meine, wenn du als Schalke, die glaube ich momentan irgendwie oben drin stehen in der Gruppe, die auf Champions League Kurs sind und dann kommt ein Gegner, der gegen Paderborn 2-0, also der gegen Paderborn komplett wehrlos 2-0 verloren hat, dann ist doch klar, dass du dir als Schalke... Aber wie naiv musst du als David Wagner sein, weil du sagst, jetzt sind wir jetzt in Kirchen, wir fallen, Düsseldorf kommt jetzt. Wen haben wir denn letztes Jahr auswärts einen Punkt geklaut und besiegt? Dortmund und Bayern. Also musst du wissen, Düsseldorf musst du immer auf dem Zettel haben. Die spielen zwar zwischendurch irgendeine Grütze und keiner weiß, warum die so eine Grütze spielen. Die spielen Grütze, aber in diesen wichtigen Spielen gegen Derby-Gegner oder gegen die Bigpoint-Mannschaften kratzen die irgendwas manchmal aus dem Nagel raus, aus dem Nichts. Und das ist gegen Gelsenkirchen passiert dreimal und deswegen steht es 3-3 am Ende. Und alle wirkten zu Tode betrübt. Ja, aus Schalter-Sicht kann ich halt verstehen, wenn du dreimal führst gegen eine Mannschaft, die halt unten drin steht und am Ende hast du halt nur einen Punkt. Also ich sag mal so, wir haben gegen Schalke einen Punkt geholt, dann gegen, wie du schon sagst, gegen Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, die nächsten vier Spiele. Ich sag mal so, wenn es gut läuft, holt man vielleicht gegen Hoffenheim noch, also ich sag mal so, eigentlich rechne ich bei den nächsten vier Spielen, wenn es gut läuft, holt man vielleicht drei Punkte gegen Hoffenheim oder ein Unentschieden gegen Hoffenheim und den Rest verliert man. Ich spiele theoretisch gegen Stand heute tatsächlich Platz drei, Platz vier, Platz fünf und dann Platz zwei. Also das ist ja schon eigentlich, eigentlich wahnsinnig, wie krass das eigentlich ist. Also ich erwarte für uns nichts, ich erwarte leider Gottes, dass 5-3-2 oder 5-2-3 zurück oder 4-3-3 mit Abkippen im Sechser. Alles die gleiche Grütze irgendwie, ich hab auch keine Ahnung. Wir haben coole, schnelle Spiele mit Tag beteiligt, klar, der ist manchmal ein bisschen out of control und Ampuma, ich hab keine Ahnung, warum der nicht öfter spielt, deswegen auch sehr gut gefallen. Vielleicht hat er einfach nicht die Qualität und dann wär's schade um die, glaub ich, knapp 3,2 Millionen, die man ausgegeben hat. Ja, Micha, wir sind zum Ende des Podcasts. Bevor du abmodulierst, eine Sache, die ich noch sagen wollte, was ich halt auch lustig finde, dass sich der der Funkel beschwert hat, dass der Schiedsrichter den eigentlich, dass der Schiedsrichter den beleidigt haben soll. Ja, fänd ich halt lustig, weil ich sag mal so, wenn du gesehen hast im Fernsehen, wie der Funkel alles kommentiert hat, jeden Pfiff kommentiert hat, alles, was der Wagner gesagt hat, kommentiert hat und sich dann beschweren, dass man eine gelbe Karte dafür kriegt. Ja, aber der Funkel ist halt, wie soll ich das sagen, der Funkel war immer so. Der bei den letzten wie viele Jahre Trainer ist der? Keine Ahnung. 100 Jahre. Letzten 312 Jahre Trainer war er so. Der ist aufgesprungen, der beschwert sich, der meckert und am Ende des Tages herzt er die dritten, die dritten, also die dritten Offiziellen, die vierten Offiziellen, der herzt die vierten Offiziellen, die vierten Offiziellen herzen ihn, haben ein Lächeln auf den Lippen und alles ist gut. Jetzt gibt es die Regel dieses Jahr, dass du halt nicht nur verwarnt bist und sagst so, ob noch einmal, dann schicke ich dich auf die Tribüne, blablabla, sondern diese gelbe Karte zahlen. Das soll eigentlich nur eine Symbolwirkung sein. Es soll eine Symbolwirkung sein für die Bank und für die Zuschauer im Stadion, dass die wissen, okay, was ist jetzt auch passiert? Sagt der Trainer nur, ey, chill mal ein bisschen oder sagt er denen so, ey, stopp, erstes Mal hast du jetzt die Grenze überstritten, beim zweiten Mal, wenn du diese Grenze richtig überschreitest, musst du halt weg. Oder wenn man das mehrere Spiele macht, dann muss man auch mal auf die Tribüne und so. Also, was halt meiner Meinung nach eine gute Sache ist. Aber, Friedhelm Funkel ist halt immer so emotional. So emotional war der schon immer und wird der wahrscheinlich auch immer sein. Er ist für mich so der Einzige, ich habe auch Situationen in dem Spiel gesehen, wo der Wagner auch für mich halt die, diese Linie überschritten hat. Er wurde vom Spieltritt nicht darauf angesprochen. Bin ich jetzt böse, dass Friedhelm Funkel die Karte bekommen hat? Nein, war berechtigt. Ich bin halt nur zu sagen, für Fairness, zu sagen, ja, okay, der Wagner hat jetzt ein bisschen das Spiel die Schriege überschritt. Nicht, dass du, nicht, dass jetzt der VAR auch noch darauf achten muss, was die der Auslinie machen, sondern sagst, okay, wir haben deine Nämlichkeiten vom Wagner auch wahrgenommen im Nachhinein. Jetzt erteilen wir ihm im Nachhinein eine gelbe Karte. Aber das ist ja nicht die Aufgabe vom Video. Nein, aber dann muss es halt eine Instanz geben. Weil es kann nicht sein, dass ich jetzt einmal auf die Bank gucke und sehe, dass du da ausrastest und schimpfst. Das finde ich dann ungerecht. Ich habe zum Beispiel Schlamisli gesehen zwischen dem Rösler und Wagner. Die beiden hätten auch angesprochen werden müssen. Und das ist dann für mich mit zweierlei Maß messen. Vor allem, wenn du weißt, okay, du hast jetzt einen Seiten, der ist ein bisschen emotional und der meckert ein bisschen, muss man halt gucken. Vielleicht rede ich da jetzt einfach nur gegen eine weiße Wand. Ja, es ist halt eine Art vom Funkel, die mir halt auf den Sack geht. Immer so dieses alles irgendwie kommentieren und bemeckern und wenn es dann irgendwie die gelbe Karte gibt, dann heißt es ja wieder, ach, alles ist so unfair auf der Welt und früher durfte, früher durfte man das ja noch machen und heutzutage darf man ja gar nichts mehr. Ich finde das ja nicht unfair, aber ich finde halt, wenn du halt dem Funkel die gelbe Karte zeigst, wegen sowas, dann hätte der Wagner die auch bekommen müssen. Definitiv. So, das ist halt meine Meinung. Der Funkel hat halt den Ruf, deswegen kriege ich jetzt die gelbe Karte, aber der Wagner, der da rumspaziert wie Rumpelstielzchen, der kriegt ihn nicht, nur weil der halt den Ruf weckert. So, das ist halt das, was ich halt dann da bemängel. Sondern da müsste halt der dritte Offizielle halt auch eine Befugnis eher haben zu sagen, okay, wenn da was passiert, wo ich sage, oh, das ist ein gelbes Vergehen, dann muss der das auch durchsetzen können. So ist das ja eigentlich auch. Ja, aber so ist das nicht passiert in diesem Spiel. Ich sage nochmal, die gelbe Karte für Funkel war berechtigt. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare, unter dem Video, auf Twitter, in der Facebook-Gruppe oder in die E-Mail-Schreiber und prämige vom Podcast.gmail.com uns immer mitteilen, wie ihr dazu steht und was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, das nächste Spiel ist gegen diese komische Mannschaft aus München, die jetzt gegen Dortmund 4-0 gewonnen haben und ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin der Wammendribbler, ich sage schon mal Tschüss und wenn der Michael noch letzte Worte hat, dann wird er jetzt eben los. Ja, ich bin mit jedem Punkt glücklich, den wir aus den nächsten vier Spielen holen und dann mal gucken, wo man dann steht nach den vier Spielen. Ja, dann nur noch einen guten Kick in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.